also hallo leute hier ist lp 15 und das ist mein neuer kanal ich beginne mit einem info video über den offinger mindelstrand was geht und ja da kommt gerade das auto zwar hupsi also einer den ich halbwegs kenne und ja wir haben jetzt so viele autos vorbei also hört das jetzt mal auf ok gut also hier ist pizza amore da einfach hier so bei der volksreibebank einfach hier so reinfahren manchmal am mindelstrand soll jetzt die kamera so ein bisschen auf den boden richte denn mister sparky ein guter bekannter von mir will nicht also will anonym bleiben weil er keinen bock hat gemobbt zu werden irgendwo und ich eigentlich auch nicht aber und ja jetzt ist er eigentlich weg also ich also ich halte die kamera auf mich gerichtet also ja das hier ist der mindelstrand das ist auch bisschen schlechtere qualität ja ist halt handy kamera ich habe nicht so viel geld ja sechste klasse hier ist ein plan und ja hier ist das video noch weitergehen das wasser hat geschätzte 17 grad temperatur wir haben nicht gemessen reingeschätzt und ja es hat schon ziemlich kalt aber tja mein erster eindruck bei euch soll ja nicht falsch sein das eindruck ist immer der wichtigste und ja deswegen gehe ich ins wasser war nicht ganz weil ich vergessen habe meine ding meine badehose einzupacken und ja diese videos sind ungeschnitten ich werde sie nicht schneiden denn ja handykamera also hier ist die minder hier sind liegen man hat gratis wlan hier ist ein mülleimer hier ist eine bank und irgendwas ja jetzt auch noch mal eine bank denn dann noch mal eine und ja ihr seht hier mindestrand hier sind viele brennessel und wie gesagt das wasser ist eigentlich relativ kalt 17 grad also hier sind jetzt wieder brennessel und ja ich werde jetzt einfach mal ins wasser gehen damit ihr nicht denkt ich bin der pussy und hier ist das ufer und ja also ich würde jetzt mal sagen ich beende das video hier an diesen wunderschönen idyllischen hintergrund denn ich habe keinen bock dass mein speicherplatz wieder lege das ist die sechste aufnahme weil ich bin der der speicherplatz die ganze zeit leer ging und ja 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 ja